Rufen! Hierher, Sparky! Komm her, Junge! Ah, er ist kein Hund. Er ist der körperlose Geist eines verstorbenen Menschen. Okay, wie ruft man den Geist eines dementen, toten Typen? Ganz einfach. Du musst... äh, nun... Hierher, Sparky! Sparky, Sparky! Wer ist ein guter Geist? Ja, du bist ein guter Geist! Ja, du bist ein guter Geist! Hm? Noch ein bisschen näher! Ich spüre deine Nähe. Hm? 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 Komm raus, komm raus, wo immer du bist! Hm? 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 Łkey? Nee! Ja! Hamm genetics Ha det, faire dig. Oh duarently woher! Zettelettet! Granate! Gleich schneidet! B%, T, 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 T z So much скорее fad Bleib mir nicht rum! Gleich schneiden! Gute, Gute! Gute, Gute! Wie oft muss ich dich noch auslöschen? Schmetterzeit! Schmetter-Sandwich! Halt diesen Moment fest! Alles klar! Alles klar! Fünf? Werde ich jetzt Spieler des Tages? Drei! Der Räume! Warte! Ich bin der Räume! Man zieht sich! Da nach wie die Wurzeln! Vorsicht! Ich hab was für dich. Zeit zum Schmettern. Schmetter den Geist! Alles klar! Alles klar! Nichts von dieser Welt. Ha! Reingelegt du Spukspinner! Schmetter den Geist! 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 Das war's für heute. Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe Kontakt! 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 Ich habe... 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 Ich habe...